Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie man diese sehr dekorative, automatische Eierfarm bauen kann. Die funktioniert ziemlich gut und ist relativ ansehnlich tatsächlich. Die passt gut auf einen Marktplatz oder ein neuer Dorf oder ein neuer Lager vielleicht auch. Und wie gesagt, ziemlich einfach und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Das erste, was wir machen, ist eine Kiste hinstellen. Und an diese Kiste machen wir von hinten einen Trichter dran. Da stellen wir kurz einen Block drauf und machen dann Traptors drumherum. Das sieht dann später aus wie so ein Käfig für die Hühner. So, den machen wir mal auf und machen den weg. Und dann können wir jetzt auch schon Hühner reinstellen. Und zwar würdet ihr jetzt halt Eier reinwerfen. Ich stelle da jetzt mal drei, vier, fünf Hühner rein. So, zack. Und dann hätten wir die Hühner auch schon fertig. Und wie gesagt, das sieht jetzt aus wie so ein Käfig. So, als würden die verkauft werden vielleicht oder als würden die eingefangen werden. Und dann bauen wir noch so ein bisschen Sachen drumherum, damit das aussieht, als wäre das so ein Warenhaufen, sage ich mal. Dann machen wir dafür hier einfach so ein paar Heublöcke hin. Hier oben noch eine Kiste drauf. Hier vielleicht auch noch ein bisschen Heu. Und das Coole ist, am Heu könnt ihr es noch detaillierter machen, wenn ihr die anders platziert. Also zum Beispiel so oder so. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Was ihr dennoch benutzen könnt, sind Barrels. Da könnt ihr dann zur Not auch nochmal extra Sachen drinne lagern. So, stelle ich auch nochmal ein paar davon hin. Und dann hier noch ein bisschen Heu. Und ja, so weit wäre das dann die ganze Farm. Das einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist in der Nähe bleiben und die Hühner legen euch Eier. Und wie gesagt, es sieht ziemlich cool aus. Ich finde es immer cool, wenn Farmen auch gut aussehen. Und nicht einfach nur irgendwie ugly, aber dafür halt viel produzieren. Und wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal ein Hashtag Eier in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit der Hühnerfarm. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.